Hallo und herzlich willkommen zurück zu Alien Isolation und dem Beagle. Jetzt habe ich überlegt, in welchem Spiel bin ich? Ich spiele ja nur den ganzen Tag schon das gleiche, aber in welchem Spiel bin ich? Ripley, gut, dass Sie es in einem Stück geschafft haben. Apollos Sicherheitsperimeter wurde so eingerichtet, dass nur Sixen-Syntheten auf ihn zugreifen können. Ja. Das ist schlecht, ne? Ja. Okay. Hast du da nichts zu sagen, Ripley? Hey Samuels. Es tut gut, dein Gesicht zu sehen, wenn ich ehrlich bin. Strom wieder herstellen. Ich bin mal so auf dem Weg zu dir, guter Mann. Ich werde die Neuformatierungskammer benutzen. Das ist der einzige Weg. Ich muss den Strom aus dem Bereich umleiten, damit ich das versuchen kann. Ich habe das Gefühl, dass das sehr ungesund klingt, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß, du bist ein Androide, Samuels. Aber es wäre sehr ärgerlich, wenn du sterben würdest. Also, bitte tu nichts Dummes, ja? Denn ich mag dich. Im Gegensatz zu Taylor. Okay, Taylor haben wir jetzt bis jetzt auch nicht so oft gehabt. Die liegt ja immer noch K.O. irgendwo in der Ecke, weil schwer verletzt und so. Dass die überhaupt noch lebt, ist ein wahres Wunder. Samuels, das ist zu gefährlich. Samuels? Ja, viel zu gefährlich. Wünschen Sie mir Glück. Samuels, nein! Warnung, Apollo Verbindung eingeleitet. Apollo Infizierung wurde beseitigt. Die Kreatur ist nicht mehr an Bord. Die Station ist sicher. Erbitte Aufhebung aller Gefahreneindämmungsmaßnahmen. Warnung, Unbefugebindung. Ripley, Apollo weist mich zurück. Das könnte zum Problem werden. Samuels? Apollo versucht mich vom Verbinden abzuhalten. Oh nein! Amanda! Sie müssen das System manuell abschalten! Bitte! Wie denn? Scheiße! Samuels, ich werde es versuchen! Halt! Sie müssen es in der richtigen Reihenfolge tun, oder es entsteht eine Kaskade, die tödlich für mich ist. Ja? Ich greife auf die siegsten Schaltpläne zu. Lösen Sie das rote Kabel zuerst. Okay. Okay, zuerst rot. Das habe ich. Wir nehmen das Kassel ein. Evakuieren. Keine Wunderung. 25 Sekunden. Ja? Rot erledigt. Als nächstes brauchen wir ein blaues Kabel. Können Sie es sehen? Blau, 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 blau. Ja! Kann ich. Mach doch! Oh nein, Samuels! Ja, und jetzt? Ich habe blau getrennt. Was jetzt? Ich kann nicht auf die Schaltpläne zugreifen. Gelb. Da vorne ist gelb. Apollo macht es mir nicht gleich. Gelb. Ich brauche das nächste Samuels! Was? No! Was ist da los, Ripley? Ich sehe nichts. Die Notfallbeleuchtung ist angesprungen. Das war gelb. Ich kann die Kabelfarben nicht erkennen. Sie müssen mich anweisen. Das nächste ist an eine Steckdose angeschlossen. In der Nähe einer ungeworfene Tragbarke. Ungeworfene Tragbarke? Das kann ja nur eins von den beiden sein, ne? Ah, hier. Hier, 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 ja, ja, ja. Also das gelbe. Okay. Gefunden! Nur noch zwei, Ripley. Ich ziehe mal. Ich ziehe nach einer geöffneten Bodenplatte neben einem derartigen Atroiden. Ja. Ja. Habt's gefunden, Samuels! Jetzt, jetzt, nur noch eins, Ripley! Ja, wir haben's, wir haben's, wir haben's, wir haben's! Und? Oh no, oh no, oh no! Samuels? Oh no! Oh no! Samuels. Sie sterben. Sie tun so, als hätte ich je ein echtes Leben gehabt. Ja, heute schon. Dafür bin ich Ihnen dankbar. Samuels. Der Apollo-Transit ist offen. Sobald Sie im Kern sind, wird er mit Ihnen sprechen. Was haben Sie für mich getan? Ich wollte, dass Amanda Ripley endlich einen Schlussstrich ziehen kann. Wie so ist dieser Scheiß-Android hier menschlicher als die ganzen Menschen hier auf dieser Station? Oh, man, oh. Ricardo, wenn Sie da sind, nehmen Sie ab. Verdienst. Ich bin hier, bin hier. Tut mir leid. Samuels hat es nicht geschafft. Verdammt! Er hat den Apollo-Transit für mich geöffnet. Ich werde direkt dorthin gehen und Apollo beauftragen, die Abregelung aufzuheben. Oh, Mann, das tut mir so leid einfach, ne? Wo muss ich denn dafür hin? Wieder komplett zurück! Was ist das denn da vorne? Sicherheitszugangsbrunnen. Warte, mal schau ich mir mal an. Was ist denn mit Sicherheitszugangsbrunnen? Warte, Mann. An. Und was? Das möchte ich mir einmal angucken. Okay. Ich komme hier so schneller zurück. Hm. Bruder, hier ist weniger als nichts drin. Hier ist ein Raum mit gar nichts drin. Das ist natürlich jetzt fesch, ne? Hier ist was zu lesen drin. Für einen Ausweis habe ich das getan und Flammenwerfer-Munition. Ja gut, für Flammenwerfer-Munition muss ich sagen, ist das in Ordnung. Elektro-Schulker. Elektro-Schulker. Zwei. Na gut, für Flammenwerfer-Munition. Ich weiß ja nicht, wann das Alien wiederkommt. Ich werde die auch schön sparen. Da werde ich bei denen eher den Syntheten EMP und Molotov benutzen. Ihr braucht nicht wach werden, ja? Danke. Danke. Nein. 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 Oh nein! 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 Au! Nein! Nein! Ah! Was ist das? Ähm, nein. Ohne mich. Ich bin weg. Ähm, bin ich hier richtig? Bin ich nicht. Ich muss auf die andere Seite. Hab da nicht gesehen. Bin ich hier richtig? Mann, scheiße. Oh Gott. Okay. Hm. Ich müsste hier richtig sein, oder? Ähm. Nicht. Ne. Ne. Nehmen sie den Privattransit zum Apollo-Kern. Ähm. Wie ist der Privattransit? Bei meinem Glück sind doch jetzt alle Androiden da. Ähm. 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 Ich muss hier hin. Ähm. 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 Container. Ähm. Die Koordinaten des Planetaiden auf dem sie das Wrack gefunden haben. Alles was sie bezüglich des Ursprungs des Organismus haben. Die kann ich ihnen geben. Und einen Weg runter von dieser Station. Sie müssen mich nur hier rauslassen. Wem kann ich möglicherweise zustimmen? Oh Gott. Was zum Teufel? Taylor, lassen Sie mich aus dieser Zelle raus sofort. Lassen Sie mich raus! Oh Gott, Leute. Oh Gott. Komplett? Ja? Ich hab's gehört. Ich glaub nicht, dass das so eine geile Sache ist. Derämliche Biatch? Oh, nicht mehr. Oh, wieso ist der Flammenwerfer ausgerüstet? Oh, egal. Ich kann. EMP gebastelt. Wo bin ich denn jetzt hier? Also ein Alien kann hier wohl definitiv nicht mehr sein. Zumindest vorerst. Apollo Privatpranzid verfügbar. Wir einsteigen für Apollo K. Okay. Wenn du mir das so anbietest, dann mach ich. Wo einsteigen für... Wo? Wo einsteigen? Er läuft irgendwo ein Androide rum. Hä? Leute, was? Gesicherter Apollo-Transit. Ich bin auch von da gekommen. Ja, von... Zwar Androide... Nein, da will ich ja nicht hin. Spielspeicher, okay. Ich bin mir nicht sicher, was... Unser Menschen- und Syntheten-Team dankt Ihnen für ihre anhaltende Nutzung des Sebastopol-Transit-Systems. Was ist das hier? Das kann ja nur das sein, ne? Was ist das denn? Wir entschuldigen uns, Ossist, für die Dezembergungverspätung. Okay. Scheint das hier richtig zu sein. Unsachgemäße Nutzung des Systems sowie Trockenheit werden den Colonial Marshals gemeldet. Manchmal ist das Spiel sehr undurchsichtig, muss ich sagen. Ob jetzt gewollt oder ungewollt. Dann denke ich mir schon so, was genau wollt ihr von mir? Synthetic Solution! Da möchte ich nie wieder hin zurück, wenn's geht. Just saying. Wobei doch, in den Raum mit dem vielen Loot würde ich gerne nochmal zurück, aber ich habe das Gefühl, dass da sehr viele Syntheten zwischen mir und diesem Loot sind und dann habe ich nichts mehr von dem Loot, weil ich vorher so viel Loot ausgeben musste. Wasch eine Theutralik. Sie sind auf dem Stockwerk über dem Apollo-Kern. Dieser gesamte Bereich enthält Apollos Stützsystem und KI. Der Kern ist in der Mitte. Apollo hat Samuels davon abgehalten, die Abriegelung ferngesteuert aufzuheben. Trinken kann ich auch nicht mehr. Aber sobald sie drin sind, wird Apollo dank Samuels zumindest mit ihnen sprechen. Frau, das ist nett. Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen. Bitte melden Sie jegliche Transitionen für uns umgehen. Ob denen man die Sicherheit wirklich so am Herzen liegt, ich weiß ja nicht. Er ist sofort wieder gefahren, so, oh, du kommst hier nicht weg. Heide und give a fuck. So, privat. Die morgen gemeinsam und Siegsen reisen in den Kolonial-Weltraum eine offizielle Chronik von Sebastian Sieg. Zuerst schien ein Auge auf Siegsen. Unsere Reise nach Sevastopol, während sich Siegsen für den Aufbruch in den Kolonial-Weltraum rüstete, befand sich Sevastopol im Bau. Eine Station unvergleichbarer Potenzial in perfekter Lage im Weltraum. Zu Beginn war Sevastopol eine Zollfreizone gebaut von Lawrence SysTech Development und finanziert durch unsere Freunde von Geofund Investor. Die Eröffnung der Station ging jedoch mit einem Umbruch im Weltraum einher. Jahrelanges Versagen bei der Verwaltung sowie die Umleitung des Sol-Tedus-Flugroute führten dazu, dass Sevastopol die Stillung drohte. Glücklicherweise stand Siegsen bereit, diese Situation neue Energie zu geben, wie viele andere. Wir erreichen Sevastopol im Jahre 21-24 und machen sie zum beliebten Weltraum-Drehkreuz von heute. Ich bin zu Apollo gekommen, um herauszufinden, warum die Syntheten verrückt spielen. Die Situation hier ist außerhand geraten. Apollo hat die Kernverpflichtungen der Androiden umverteilt. Sie haben sich von den Wartungsarbeiten abgewandt, die wir nach Erhalt der Nachricht angefordert hatten. Hier ist überall Kühlmittel. Gas ist auch entwichen und der Hauptzugangsfahrstuhl hat sich abgeschaltet. Ich habe eine Anfrage auf Unterstützung gestellt, aber anscheinend stehe ich an 45. Stelle. Die Systeme sind auf einmal von Gefahreneindämmung besessen. Ich muss einen Weg nach unten finden. Spelling Ende. Gefahreneindämmung, äh, 45. Stelle. Jawohl. Schusswaffen registriert. Das ist doch wohl ein Scherz. Legen Sie Waffen auf dem Sicherheitsförderband ab. Siegsam und Apollo bedanken sich. Jede Wette. Zugangsfahrstuhl zum Apollo kam offline. Primäre Apollo-Systeme gesperrt. Riccardo, der Zugang ist blockiert. Die Schaubilder von der Sebastopol- Verkaufsvorführung sollten hier irgendwo sein. Suchen Sie nach einer Hintertür. Äh, 4930. Ich hab doch. Ich habe es. Okay, mal sehen. Da ist ein Energieleiter, der an den Apollo-Kern anknüpft. Den kann ich nutzen. Passen Sie da durch? Elektronik abschalten, tief durchatmen, zusammendrücken, Kinderspiel. Wenn Sie stecken bleiben, komme ich da nicht hoch, um Sie rauszuholen. Ich habe so viel schöne Flammenweffermunition bekommen und das haben die mir jetzt alles weggemacht. Sicher, einen Schuh für eine Leiter anzuprüsen könnte wehtun, oder? Ich muss ihn zuerst abschalten. Das kotzt mich richtig an, gerade, ey. Ich nehme an, ich muss auf beide Seiten. Da schauen wir uns das nächste Mal an. Habt einen schönen Tag und schaut rein. Bis zum nächsten Mal an. Bis zum nächsten Mal an.